So, weiter geht's heute mit den Waysign. Also, hier bei Need for Speed. Gucken wir mal, da müssen wir was haben nochmal. Ja, ein Besitz müssen wir auch kriegen. Dann sind wir da noch für uns alle drauf gehen. Turbo! Ja, schauen wir mal, was ich hinkriege ich jetzt mal. Schau mal mit dem Lambo, okay. Zerstören sind da drei Turbo. Ja, so müssen wir werden für 10.000 Kopfgeld, naja. Wie haben wir denn überhaupt insgesamt an Strecke? Ich hab jetzt nicht gesehen. Naja. 18 Kilometer sind das. Ja, dritter muss man werden, um auf Brunzen zu fahren, okay. Von allgemein nur vier Autos. Direkt von mir. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Da muss man auch noch vorfahren. Straßensperre ist du für drei ausgespielt. Verdichtige haben, dass die Nagebank verfehlen. Verdichtige haben, dass die Nagebank verfehlen. Auf Lichtkampf verfehlen. Mal oben. So lange, die mich jetzt hier ziemlich in Ruhe lassen. So lange, die mich jetzt hier ziemlich in Ruhe lassen. jetzt werde ich es wenn du erster bist und dann haben wir nur dort noch einen gekriegt aber hier hat sich das ich Ich würde sie nur sagen, das weiß ich nicht mehr. Er fährt einfach nicht ran. Ich muss es nicht gewaltversuchen. Einheit verloren. Sie hat mich sicher nicht. Brauchen Sie vor Rettungskräfte. Waffen sind aufgefallen. Er wird auf euch allein gestellt. So, den haben wir schon mal ausgeschaltet, den Jungs. Du Arschler, Alter. Verdächtiger hat versucht, mich von der Straße zu länden. Verdächtig ist wahr. Ich leite die Festnahme ein. Schlecht euch auf. Jetzt geht sie mir aber persönlich auf den Sack, weil ich ehrlich bin. Ich kriege die ganze Zeit alles drauf. Ey, da passiert nichts. Fünf Stück. Fünf IEPs hintereinander. Die ganzen Nagelbänder. Die kriegst du alle hintereinander weg. Die anderen, die können... Fahr einfach. Das ist doch auch kein Problem. Du gehörst einfach dazu. Du vergisst! So. Versuchen wir es halt dann noch einmal. Wir sind ja momentan echt gut dabei. Weil wir so... Aber nur... Momentan nur... Meine Gruppe Fahrzeuge ist gerade an mir vorweigerand. Zentrale... Wir haben momentan echt weg. Verstanden. Verstanden. Nagebänder zum Einsatz frei gewesen. Mein Gott! Hau ab von mir! Hör mich in Ruhe! Zentrale, wir benötigen... Ich bin gequächt! Genau! Aaaaaah! Schelle Kollision! Sieh Fahrzeug, gehst du in den Verkehrsunsbruch! Die gehen jetzt im Auge, da bin ich! Warum krieg ich immer eigentlich die Scheisse momentan ab, Alter? Was ist das du oder ich sie alle momentan, wenn ich an der Wacke habe? Doch, verschwinde von mir jetzt endlich. Ja, fuck you, Alter, mit deiner Karre, Alter! Ich komme gar nicht mehr hinterher, ich komme gar nicht mehr hinterher. Das geilste, wenn du dann auch noch die Leiter die Wand fährst, aus der Wacke ballert bist. Der Ladewand ist ein Ladewand, der Ladewand ist ein Ladewand an eurer Funktion. Verschwinde doch, Alter, gehen wir noch nicht alle gleichzeitig auf PS, Alter! Warum kriege ich eigentlich immer die Scheiße ab? Der Scheiß-Lambo-Singer ist auch das mal weg! Wir müssen den Waden auszuschalten! An alle Einträgen, dass Kommunikation sich nicht bestürt. Fehlbetrieb prüfen und bestätigen. Was? Geil, geil! Störsendale, also ich hab... Mein Gott, Alter! Geh mir nicht auf den Bissi! Geh mir nicht auf den Bissi! Wiederholen, der Verdichtige hat einen Unfall! Oh, das ist ein Scheiß, lassen wir mal weg. Dankeschön, du Mist geworden, Alter, das kann doch nicht sein. Das ist das Geilste, wenn du dann einfach noch weggehst, ja, einen mitkriegst, damit du dann schön noch in die Wand gehst, Alter, das hat mir nochmal richtig Schaden gemacht. So, ich hab sogar gewonnen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich den noch kriege. Aber gut, okay, wir nehmen's mit. Aber die haben die Schadenwürdigstraßensperren genau vor das Ziel gesetzt. Aber egal, wir haben's erledigt. Sorry, dass ich mich immer mal wieder aufrege. Ja, aber ich hab's aber dann, wenn mir dann echt tausend Dinger passiert, äh, tausend Dinge passieren. So, MP4-12C haben wir jetzt noch im McLaren noch mal kassiert. Das Auto, was wir ja kennen. So, gut. Nächste Folge geht's weiter mit den Cops wieder mal. Ja, sorry, dass wir halt ein bisschen was langsam gemacht haben heute. Wir sehen uns wieder dann und dann, ciao. Wir sehen uns wieder mal.